liebe leute hier geht es weiter mit unserem nikolaus special ich bin ein bisschen in eile aber ich habe noch ein bisschen zeit muss auch noch koffer packen aufräumen bisschen aufgaben machen und was weiß ich was und ich muss auch noch aufnehmen aber ich mache es so pflanzen gegen zombies habe ich eigentlich auch heute versprochen machen wir dafür am freitag also hier nehmen wir jetzt 40 minuten minecraft auf in vier verschiedenen folgen und wir machen weiter an unserem sportplatz der richtig gut aussieht bislang so wie er jetzt dasteht müssen wir heute fertig werden so viel gibt es nicht mehr zu bauen tanzen gegen zombies machen wir dann am freitag weiter die videos die ich alle hochgeladen habe also beziehungsweise alle aufgenommen habe lade ich heute abend ab 20 uhr nach und nach hoch die da schon mal bescheid wisst weil jetzt für die pflanzen gegen zombies habe ich jetzt wirklich die zeit das war mein kleines bruder der nervt so Das sieht richtig gut aus, so. Erinnert mich an unseren Sportplatz, der auch so aussieht, hier mit diesen Halterungsstangen. Der sieht allerdings anders aus, also hat keine Rasen, leider. Deswegen trage ich meinen Fußballer, keine größte Hose, sondern immer lang, wenn ich im Tor stehe, da kann ich mich auch nicht so schnell verletzen. So, der Stück ist durch. Das Stück, beziehungsweise. Wie gesagt, wir machen 40 Minuten Aufnahme, circa, denke ich mir immer. Das ist jetzt mittlerweile schon die 59. Folge. Ach jo, und ich habe noch was ganz vergessen. Aber ist egal. Ich habe noch ganz vergessen, die zweite Adventskerze anzuziehen. Ist ja heute noch Advent. Ja, ganz vergessen. Mache ich dann am Ende. Diese Folgen, das ist als Spezialvideo. Das zählt nicht zu dieser... 40 Minuten Aufnahme. Und ja, es hat gerade gehangen ein bisschen. Konnen gerade nicht bauen. Oder ich stand da und... Ja, egal. Ich kann nicht sprechen. Ich habe Deutsch verlernt. Deswegen komme ich so ins Straucheln und kann keine tollen Ansagen machen. Ich glaube also, wir haben genug Zeit. Dann muss... Das Ding fertig werden, hier. Schade, dass es hier keine Weihnachtsmusik gibt. Und 18 Tage ist nämlich schon Heiligabend. Wenn auch einige YouTube-Videos hier für euch verfügbar sein, klar. Ein Heiligabend. Beziehungsweise an den drei Weihnachtstagen vom 24. bis 26. Ansonsten gibt es noch einen größeren Special-Tag als hier jetzt. Bislang habe ich drei Videos aufgenommen. Hier nehme ich jetzt fünf auf. Also acht Videos heute. Angefangen hat es ja mit diesem... Das Haus von Nikolaus. War einfach so ein Ding, was heute passt. Als zweites hatte ich hier aufgenommen. Ich frage euch jetzt schon mal. Sie sind noch nicht auf YouTube drauf. Als zweites hatte ich das Adventskalender-Video hoch... Warum sage ich immer hochgeladen? Aufgenommen. Als drittes kam das Infovideo mit den zwei Minecraft-Welten. Wir haben, wie gesagt, ab den 19. startet die Christmas-Welt und ab den 27. die Silvester-Edition. Gedreht aus zwei verschiedenen Welten. Das sage ich euch jetzt schon mal. So, wir haben sechs Minuten Aufnahme jetzt. Und haben schon diese Seite schon mal komplett. Das machen wir jetzt einmal so, dass wir hier eine Reihe haben. So, da kommt die Mittellinie. Wie gesagt, wir können, kann man ja auch noch hier Tribünen und eine Umkleide oder irgendwie sowas machen. Als zusätzlichen Beistand. Umkleide zähle ich ja bei hier beim Schwimmbad, wo wir zum Beispiel nicht mehr dazu. Und dann hier, ja, auch nicht mehr. Ich sage, das Feld ist fertig. Also das können heute die letzten vier Parts sein. Nur kann, sondern wird bestimmt. Ah, ich kann wieder nicht bauen. Hilfe. Hilfe! Ich kann nicht bauen. So. Jetzt kann ich wieder bauen. 32 Minuten Aufnahme noch. Ah, Mann, schon wieder. Was ist das? Was ist das? So. So. Also wie gesagt, nochmal zurück zu den Minecraft-Welten. Die City wird noch bis zum 18. Dezember bebaut. Und ich lasse mir da noch mal einfallen, was ich noch zusätzlich bauen kann. Und ja, dann nimmt sich die Weltauszeit bis zum 2. Januar. Ab dem 3. Januar, da habe ich ja noch frei. Und da wird hier noch hier dann weiter gebaut. 59. Folge schon von der Minecraft City. Klar, durch die einzelnen Schwimmbadteile und durch hier die Fußballteile ist es ein ordentliches Stück. Dazu gewonnen von mindestens 40 Videos bestimmt. Das ist schon Wahnsinn. So, hier einmal ein kurzer Cut.